So, eine Gruppe aus der Nachtfahrgemeinde Gaufänge, die Neckartäle Waldhexe mit dem ersten Vorstand Silke Mühlbach. Die Begrüßung der Dreivachträftigen Nari! 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 Früher hieß es in Gaufänge, es gäbe im Neckartäle in der Nähe von einer Vogel, einer Hülle, und es gäbe es Hexenreview, die hier Mächte, darauf präzise ich vorzunehmen. Und die Neckartäle Waldhexe Nr. Dreivachträftigen Nari! 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 N